Erstens mal bin ich nicht dumm, zweitens mal habe ich keine Scheiße über dich erzählt. Sie hat mich nur gefragt, ob ich davon weiß, dass du sie angeschrieben hast. Und dann habe ich halt gesagt, ja. Und dann hat sie mich halt noch weiter gefragt und dann habe ich gesagt, dass du das seltsam findest. Und dann brauchst du überhaupt keine Scheiße über mich erzählen, wenn ich überhaupt kein Scheiß über dich erzählt habe, du blöde Kuh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der wahre Zauber von Weihnachten ist in deinem Herzen. Aber in deinem Herzen ist momentan nur Hass. Sie spüren keine Liebe in dir. Deshalb weigen sie sich, dich wahrzunehmen. Warum reagierst nur du auf mich? Ich bin der Weihnachtsmann und ich habe die Hoffnung, dass in deinem Herzen noch ein kleiner Funken ist, der sich Liebe nennt. Und warum glaubst nur du an mich? Ich habe hier ein Geschenk für dich. Paula! Es tut mir so leid. Es war alles meine Schuld. Ich hätte uns zur Freundschaft nie aufs Spiel setzen dürfen. Es tut mir so unfassbar leid. Paula! Ich habe hier ein Geschenk für dich. Lucy! Lucy! Alles, was ich über dich gesagt habe, tut mir so schrecklich leid. Ich erwarte nicht von dir, dass du mir verzeihst, was ich gesagt und getan habe. Ich habe dich furchtbar behandelt. Es tut mir auch so unfassbar leid. Ich werde mich so unfassbar leid. Untertitelung des ZDF, 2020